Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir sind im Deutschkurs A2 bei der Übung 1 zum Thema Trimm dich Pfade, die neuen Spielplätze für Sportler. Hier haben Sie einen Text in der indirekten Rede. Ihre Aufgabe ist es nun, setzen Sie diesen Text bitte in die direkte Rede, also in den Indikativ. Die Lösung werde ich Ihnen im Beschreibungsteil nachliefern. Bis dahin viel Erfolg. Das ist eine Übung, die auch schon auf den DSH Kurs vorbereitet oder auf den Kurs Test darf. Tschüss 10 1 Vielen Dank.